Dein Nabelschakra oder auch Sexualchakra. Stelle dir nun die Farbe Orange vor. Alles um dich und in dir. Die Farbe ist in einem hellen, warmen Orange. Fühle die Wärme durch die Farbe Orange. Das Nabelschakra liegt eine Hand breit unter unserem Nabel. Es ist auch unser Gefühlschakra. All unsere Gefühle liegen in diesem Chakra. Unsere Kreativität, aber auch unsere Beziehungsfähigkeit. Alles wird von dem Nabelschakra gesteuert. Fühle in dieses Chakra hinein. Und tauche in das warme, helle Orange. Fühle den Gleichklang der Schwingung. Fühle die Harmonie durch die Chakra und tauche tief in die Farbe Orange. Dein Nabelschakra schwingt im harmonischen Gleichklang. Es ist für dein Gefühl. Für deine Beziehungsfähigkeit. Und es dient deiner Kreativität. Schau in dein Nabelschakra. Und fühle den harmonischen Gleichklang seiner Schwingung. Fühle den warmen Farbton Orange. der sich aus deinem Nabelschakra ausdehnt und den du aufnimmst. Alles in dir ist im Gleichklang und in Schwingung. Schwingung. Das ist für dein Gott. Alles in ihrem Namen. Untertitelung des ZDF, 2020